Wie heißt euer Auto? Im grossen Auto sage ich Nils und der kleine ist Bea. Haben Sie Haustiere? Nein, Haustiere habe ich nicht. Ich habe zu wenig Zeit, ich bin so viel unterwegs und am Abend nicht zuhause, dass hier sehr viel an die Haustiere werden. Der Welt ist das Wunder, der Welt ist so wunderschön. Die Unicef ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Sie arbeiten seit 1946 und helfen Kindern in 190 Ländern. In dieser Woche bietet immer eine Woche von Erstadt-Benz statt. Dabei helfen die Kinder anderen, machen das Projekt und sammeln Geld. Dieses Jahr 2018 sammeln wir für Schulen in El Alto Bolivia für sauberes Wasser und Wetzens. Wir haben die Leute kennengelernt von Unicef und es hat eigentlich so gut zu uns gepasst, weil wir beide Lehrer waren. Und der Mann hatte auch unsere Stufe. Erste bis dritte. Ich hatte die Oberstufe und dann haben wir gemerkt, wir würden uns schon gerne einsetzen im guten Zweck. Aber wir haben einfach mitgefunden, die zu uns passen. Und die Sternewoche, wenn wir in die Schulklassen kommen, wenn die Schulklassen für andere Kinder arbeiten, das ist so nah für uns. Und das hat bei mir auch ein Lehrer. Man kennt das Lehrer, aber das hat mich auch sehr gut gemacht. Das hat mich auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.